Hallo, mein Name ist Manuel Gellenthin, ich bin 24 Jahre alt, studiere Dual-Fitnessökonomie an der IST und bin seit 2019 im Standort BodyStreet München-Denning. Im Jahr 2017 habe ich ein Studium im Bereich Druck- und Medientechnik begonnen. Das Ganze wurde mir aber dann nach und nach zu theoretisch und BodyStreet gibt mir die Möglichkeit, das Theoretische gleich in die Praxis umzusetzen. Am meisten Spaß macht mir das Training mit den unterschiedlichen Mitgliedern. Jedes Mitglied hat so seine individuellen Ziele, auf die wir im Training eingehen können. Ich würde die Atmosphäre im Team als sehr gut beschreiben. Wir versuchen direkt neue Mitarbeiter mit ins Team einzubinden, indem wir regelmäßig neue Team-Events veranstalten.